Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Farrell und in diesem Video möchte ich dir meine Einnahmen aus dem August 2020 zeigen. Bevor ich das aber mache, erstmal eine kleine Ankündigung. Wir sind 10.000 Abonnenten. Das heißt, wir haben es endlich geschafft. Wir sind fünfstellig hier und das freut mich wirklich wahnsinnig. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der hier Abonnent ist. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, seit wann ihr schon Abonnenten seid, weil das ist wirklich jetzt Wahnsinn mit 10.000 Abonnenten hier auf dem Kanal. Richtig cool. Und es kommt natürlich auch ein 10.000 Abonnenten Special, wenn nicht sogar mehrere. Ich habe da ganz, ganz viele tolle Ideen und die kommen in den nächsten Tagen dann. Von daher seid ihr gespannt auf jeden Fall drauf und jetzt starten wir mal direkt in das Video rein. Und zwar, wie viel habe ich jetzt eigentlich verdient im August 2020? Ihr dürft wie immer bei diesen Einnahmevideos mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ich unter 10.000 Euro verdient habe in diesem Monat oder über 10.000 Euro. Das dürft ihr mal raten und am Ende vom Video gibt es dann die Auflösung. Ihr wisst ja auch, dass ich verschiedenste Einnahmequellen habe und ich jetzt in einem Video aber nicht alle zeigen möchte und auch, das wäre auch zu umfangreich. Ich möchte euch jetzt mal drei Stück zeigen, nämlich einmal, wie ich über TikTok Geld verdiene mit Digistore24, dann ein Affiliate-Programm mit Spielen und dann eben noch meine YouTube-Einnahmen. Von daher, du siehst, vollgepacktes Programm hier und wir starten deswegen auch gleich mal mit der Einnahmequelle Nummer 1, nämlich, wie ich über TikTok Geld verdiene mit Digistore24. TikTok ist aktuell wirklich die beste Plattform, um Reichweite zu bekommen und eben auch Geld zu verdienen. Und du siehst hier die Einnahmen vom 1. August bis 31. August, wo ich eben über TikTok digitale Infoprodukte verkaufe, also E-Books und Videokurse. Und du siehst hier 122 Ergebnisse, in diesem Fall Transaktionen, wo Geld eingegangen ist und ein Gesamtverdienst von 3.152,47 Euro. Also kann sich auf jeden Fall sehen lassen, das Ganze ohne Werbekosten oder sonstiges, also ich habe das wirklich rein organisch hier über TikTok verdient und das kann sich wirklich sehen lassen, weil ich mache das mit TikTok erst seit Februar 2020 und das Ganze ohne mein Gesicht zu zeigen über mehrere Accounts und wie gesagt ohne Werbekosten. Das Ganze ist jetzt keine Schnellreichwertmethode oder sowas, aber es ist einfach der Fakt, dass TikTok aktuell wirklich die beste Plattform ist, meiner Meinung nach, um Geld zu verdienen, weil du dort einfach wirklich ohne Kosten, ohne Reichweite am Anfang, ohne Follower wirklich sofort durchstarten kannst. Und wenn du dich fragst, wie du das machen kannst und wenn du meine Strategie haben möchtest, schau gerne mal unten in die Videobeschreibung, da ist meine Tickfluencer Masterclass, das ist mein Videokurs verlinkt, da zeige ich dir Schritt für Schritt eben, wie du ohne vor die Kamera zu gehen, ohne Follower und ohne Kosten das Ganze eben auch umsetzen kannst. Schau das gerne mal an, dann kommst du hier auf diese Seite, wo du eben auch nochmal mein Video dazu siehst und dann kannst du eben sofort online starten, wenn du dir den Kurs geholt hast. So, Einnahmequelle Nummer 2, nämlich YouTube. Mit YouTube, wie gesagt, 10.000 Abonnenten sind wir jetzt und das ist natürlich auch mal ganz interessant zu sehen, wie viel man eigentlich so mit 10.000 Abonnenten hier in dem Bereich verdienen kann. Habe ich ja jetzt eigentlich bis jetzt immer gezeigt in meinen Einnahmevideos, du siehst ja natürlich im August ist ein starker Rückgang von der Reichweite, du siehst ja von 170.000 im Juni über 160.000 im Juli und dann im August eben um die 140.000, 150.000. Liegt einfach daran, dass eben weniger Leute die Videos schauen und weil halt eben auch Feriensaison ist, viele Leute im Urlaub sind und jetzt nicht so die Zeit dafür haben oder Lust dazu haben, noch YouTube-Videos zu schauen. Dann siehst du hier, Abonnenten sind es ungefähr noch 1.000 dazugekommen und geschätzter Umsatz ja auch ein bisschen weniger geworden, logischerweise durch weniger Aufrufe. Ich möchte mich aber gar nicht beschweren, wie gesagt, das ist Sommer und du siehst ja auch diesen rasanten Aufstieg, der sowieso schon irgendwie surreal war, von Anfang des Jahres mit um die 600 Euro gestartet. Dann hier im Juli 2.800 Euro Höchststand und jetzt 2.400,84 Euro ist vollkommen in Ordnung für August, wo wirklich grundsätzlich bei allen Kanälen auf ganz YouTube einfach weniger eingenommen wird, weil weniger Werbung geschaltet wird und auch weil weniger Aufrufe kommen. Von daher aber trotzdem nochmal mit diesen 10.000 Abonnenten, du siehst hier rechts bei der Echtzeitmessung 10.053 sind wir jetzt aktuell. Hier am 08.09. nehme ich das Video hier gerade auf, also ein bisschen verspätet, weil ich auch im Urlaub war und ja, freut mich auf jeden Fall. Dann kommen wir zu diesem Affiliate-Programm hier, das hatte ich auch schon öfters mal vorgestellt, wo es um Online-Spiele geht, eben auch um zum Beispiel Bundesliga-Spiele, wo ich eben Geld verdiene mit diesem Partnerprogramm. Und da war natürlich im August auch nicht besonders viel los, du siehst ja auch die Klickzahlen nicht besonders hoch, Registrierungen und Einzahlungen waren ja nicht besonders hoch und von daher die Gesamtprovision, die ich hier bekommen habe, waren 5.236,02 Euro. 2. ist trotzdem ordentlich, liegt aber auch einfach daran, dass es eine Lifetime-Provision ist, das heißt ich dort quasi, wenn ich einen Kunden werbe, konstant ein Leben lang, solange der dort Umsätze macht, eben daran beteiligt werde. Von daher ist dieser Wert ganz in Ordnung, wie gesagt, aber für August ist das vollkommen in Ordnung, weil da eben einfach auch weniger los ist und wie gesagt, auch schon angesprochen, die ganzen Leute eigentlich auch im Urlaub sind und dementsprechend nichts online in diese Richtung machen. So, von daher, das ist auch eine schöne Sache, da habe ich auch einen Videokurs dazu, ist auch unten verlinkt, der Lucky Affiliate Videokurs, aber ansonsten möchte ich dieses Video jetzt abschließen mit dem Ergebnis, wir sind knapp, ganz, ganz knapp über 10.000 Euro gekommen, von daher, wenn du das richtig getippt hast, Glückwunsch. Und ansonsten würde ich mich natürlich über Feedback freuen, in den Kommentaren, einen Daumen nach oben und wie gesagt, ein Abo, wenn noch nicht geschehen will, sind 10.000 Abonnenten, freut mich wahnsinnig, lasst uns die 100.000 voll machen, ich freue mich drauf. Alles Gute, euer Flo Farrell.